SpaceX beantragt allein 120 Starship-Starts von Florida. In China fliegt eine Rakete außersehen los. In Europa fliegt die Ariane 6 hoffentlich absichtlich los. Blue Origin testet Startinfrastruktur der New Glenn-Rakete. Starbase wartet auf Hurricane Barrel. Polaris Dawn jetzt final mit Starttermin. Eumezat entscheidet sich gegen Ariane 6 und für SpaceX. Und Indien finalisiert Design für Raumstationsmodul und gibt Ausblick auf Mondraumstationen. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wie jetzt bekannt wurde, plant SpaceX das Starship bis zu 44 Mal pro Jahr vom Kennedy Space Center und bis zu 76 Mal pro Jahr von der Cape Canaveral Space Force Station zu starten. SpaceX könnte so bis zu 120 Starts pro Jahr allein mit dem Starship von Florida aus durchführen. Zuzüglich der Falcon 9 und Falcon Heavy Starts, versteht sich. Aktuell werden für diese Starship-Flüge Prüfungen der Umweltverträglichkeit durch die US Space Force und die Federal Aviation Administration vorbereitet, die auch erstmals das Landen der Starship-Raketen untersuchen sollen. Ich hatte ja darüber berichtet, dass Elon Musk plant, langfristig mehrere Starship-Starts täglich durchzuführen. Ja, das von der Community Liebevoll Space Coast genannte Areal, das ist aber ja nicht nur Startplatz von SpaceX. In der Cape Canaveral Space Force Station zum Beispiel da, wo aktuell Falcon 9 und zukünftig auch Starship starten soll, fliegen auch ULA Atlas und Vulcan und zukünftig auch Blue Origin New Glenn. Da überrascht nicht die starken Bedenken von Blue Origin und ULA wegen hoher Startfrequenzen und potenzieller Störungen an der Startoperation. Sie schlagen vor, die Starship-Operation zeitlich zu beschränken und anderen Anbietern Prioritätsrechte zu geben oder Kompensationsmaßnahmen vorzusehen. Auch die NASA startet ihr SLS ja am PET-39B, also in direkter Nachbarschaft des PET-39A im Kennedy Space Center. Während die NASA mit der Artemis-3-Mission in Kombination aus SLS Orion und Starship HLS eigentlich im September 2026 eine Crew-Mond-Landung plant, sagen interne NASA-Analysen, die Wahrscheinlichkeit, dass es später als Februar 2028 wird, liegen aktuell bei 30%. Also, da kann noch ordentlich Zeit ins Land gehen. Aber SpaceX startet ja nicht nur aus Florida und neuerdings aus Texas. SpaceX wird die Größe seiner Bergungsanlagen an der Westküste im Hafen von Long Beach von 6 auf 15 Hektar verdoppeln. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das erhöhte Startaufkommen nicht zuletzt mit Starship für das Pentagon zusammenhängt. Über das ist sehr wenig bekannt. Es soll sich um so eine Art eigenes Starlink für das US-Militär handeln, die zusätzlich mit Sensoren von Northrop Grumman ausgestattet sind. Die ersten Starship-Missionen sollen mit NREL 146 und NREL 186 dieses Jahr bereits gestartet worden sein. Und wenn es eine globale Abdeckung wie bei Starlink geben soll, dann dürften zwei- oder sogar dreistellige Starts für das Starship folgen. Wie der Vizepräsident für Falcon-Flüge bei SpaceX auf X schrieb, wären die Chancen gut, dass SpaceX dieses Jahr die geplanten 148 Orbital-Starts insgesamt hinbekommt. Möglicherweise würden sie sogar noch öfter fliegen. Ja, ein besonderer SpaceX-Start dieses Jahr, Polaris Dawn. Polaris Dawn, erster Teil des privaten Raumfahrtprogramms von Milliardär Jared Isaacman. Das soll am 31. Juli starten. Ist also schon bald. Die Besatzung plant den ersten privaten Weltraumausstieg der Geschichte. Dafür hat SpaceX seine Dragon-Druckanzüge weiterentwickelt. Der Polaris Dawn-Flug, der soll aber auch der höchste Crewflug seit dem Apollo-Programm werden. Polaris Dawn wird mit Falcon 9 und Crew Dragon fliegen. Ja, von der ISS, da gab es diese Woche tolle Aufnahmen des Dragons Endeavour, aufgenommen aus dem Cockpit des Starliners. Wollte ich euch hier natürlich nicht vorenthalten. Gemacht hat die Aufnahmen NASA-Astronaut Matthew Dominic, der mit Crew 8 für einen Langzeitaufenthalt auf der ISS eingezogen ist. Nachdem ich nach Lüneburg gezogen bin und regelmäßig nach Hamburg pendle, habe ich festgestellt, dass ich im Zug auf der kurzen Strecke nicht effektiv arbeiten kann. Statt sinnlos auf meinem Handy zu scrollen, verbringe ich jetzt lieber die Zeit mit Lesen von Zeitschriften auf Readly. Momentan bin ich passend zur Urlaubszeit besonders begeistert von Magazinen über Rennradfahren, Wandern, Reisen, Fotografieren und gutes Essen bzw. Kochen. Aber auch für dein Hobby gibt es mit Sicherheit das richtige Magazin. Flugrevue finde ich zum Beispiel toll, um zu wissen, was in der Luftfahrt so abgeht. Du wählst Rubriken in der Readly-App aus und bekommst dann auch nur Relevantes für dich vorgeschlagen. Dank der Download-Funktion kannst du alle Inhalte auf Reisen auch offline lesen und das sogar mit deiner ganzen Familie mit fünf Profilen auf fünf verschiedenen Geräten gleichzeitig. Mit Readly hast du die Freiheit, jederzeit genau das zu lesen, worauf du gerade Lust hast. Du kannst aus einem riesigen Angebot von über 7000 Magazinen, Zeitungen und Millionen von Artikeln wählen. Von allen großen deutschen Magazinen bis hin zur internationalen Publikation bietet Readly den größten digitalen Kiosk für Magazine und Zeitungen. Seit fast einem Jahr nutze ich jetzt Readly und bin begeistert von der benutzerfreundlichen App mit diversen Lesemodi wie Dark Mode, Schriftgrößenanpassung und nützlicher Lesezeichen. Hat dich überzeugt? Dann habe ich ein exklusives Angebot für dich. Teste Readly zwei Monate lang für nur einen Euro. Den Link zum Readly-Deal, den findest du unter dem Video. Gerade die letzten Monate gab es immer wieder Schlagzeilen zu Weltraumschrott. Unter anderem Überbleibsel eines SpaceX-Dragons sind ja in den USA runtergekommen. NASA & SpaceX untersucht jetzt die Möglichkeit, den Wiedereintrittsprozess der Dragon-Raumkapsel zu ändern, um die Gefahr durch Trümmer zu minimieren. Eine Idee besteht darin, den De-Orbit-Burn durchzuführen, bevor der Trunk, also der unbedrückte Kofferraum, abgetrennt wird, damit man den Wiedereintritt besser kontrollieren und die Trümmer in unbewohnte Regionen lenken kann. Die Änderungen würden aber zusätzlichen Treibstoffverbrauch und technische Herausforderungen mit sich bringen. Soweit ich weiß, wurde das bei Dragon 1 auch gemacht. Vermutlich entschied man sich dann beim Crew-Daggen aus Gründen der Sicherheit für die Crew dagegen. Wäre für den Wiedereintritt vermutlich nicht so cool, wenn der Trunk sich nach dem Burn nicht richtig lösen lässt. Apropos Wiedereintritt. Mittlerweile gibt es viele Aufnahmen von SpaceX-Mitarbeitern, die die alten Hitzekarren vom Starship 30 poolen. Bei etwa 18.000 Hitzekarren eine sehr mühselige Arbeit. Kann man sich ja fast ausrechnen, wie lange das dauert. Wie SpaceX-Chef Elon Musk schrieb, arbeiten sie aktuell an der Entwicklung eines neuen Werkzeugs, das das Ganze dann schneller macht. So Hightech sieht das gerade nicht so aus. Zwei Bestandschip 29, die Wiedereintritt und führte eine weiche Landung im Indischen Ozean durch. Wir konnten aber live verfolgen, wie Teile des Hitzeschilds den Belastungen nicht standhielten. Anschließend beschloss SpaceX, den Hitzeschild von Chip 30 herunterzunehmen und durch widerstandsfähige Kacheln und einen neuen sekundären Schutz zu ersetzen. Während ich die News aufnehme, ist Hurricane Barrel als starker Hurricane der Stufe 2 auf die mexikanische Halbinsel Yucatan getroffen. Ich erwähne das, weil für Montag der Landfall ziemlich genau bei Boca Chica erwartet wird. Über Maßnahmen zum Schutz der Starbase, da ist mir nichts bekannt. Der Faktor steht aber alles direkt am Meer. Ich würde mich also nicht über Schäden oder Überschwemmungen wundern. In der Starbase hat man nun das erste Segment des zweiten Startturms zum ehemaligen Suborbital Pad und jetzt dann bald hoffentlich zweiten Startplatz gebracht. Und das wartet jetzt hier nun auf das Stacking durch den D-Mark C 88.000 Schwerlastkran. Chip 31 ist unterdessen in der Messies Testanlage angekommen und wartet hier vermutlich auf seinen zweiten Cryo-Test. Auch denkbar, ja, dank des neuen Teststandes in der Messies Anlage wäre hier auch die erste statische Feuertest für Chip 31 möglich. Bisher wurden ja alle Starship-Prototypen auf der Startanlage oder dem Suborbital Pad vorher getestet. Statische Feuertests, perfekte Überleitung. Eine eigentlich statische Testsündung einer ersten Stufe endete am Sonntag in China in einem katastrophalen Fehlschlag. Space Pioneer führte am Sonntag, 30. Juni, einen statischen Test der ersten Stufe seiner Tianlong-3-Trägerrakete einer Testanlage in der Provinz Henan durch. Drohnenaufnahmen und Amateuraufnahmen in den chinesischen sozialen Medien zeigen, wie die Teststufe zündet und dann aber ungeplant abhebt. Die Stufe stieg mehrere hundert Meter auf, bevor sie stoppt, sich brennend zunächst in die horizontale dreht, dann aber zur Erde zurückfällt und explodiert. Space Pioneer führte den Test als Vorbereitung für einen Orbitalstart der Tianlong-3 durch, der eigentlich in den kommenden Monaten starten sollte. Space Pioneer gab später eine eigene Erklärung ab, weil es hieß, es habe einen Strukturfehler an der Verbindung zwischen dem Raketenkörper und dem Prüfstand gegeben. Der Bordcomputer der Rakete, der habe die Triebwerke dann automatisch abgeschaltet und die Rakete sei keine zwei Kilometer vom Startplatz entfernt abgestürzt. Oder Teststand, es ist nämlich eigentlich kein Startplatz. Space Pioneer bestätigte, dass es zum Glück keine Opfer zu beklagen gab. Ja, der Vorgänger dieser Rakete, die Tianlong-2 von Space Pioneer, die war übrigens 2023 die erste privat entwickelte Flüssig-Treibstoff-Rakete, die bei ihrem Jungfernflug einen Orbit erreicht hat. Also ist jetzt nicht so, als ob da nur Dilettanten arbeiten. Die jetzt getestete Tianlong-3-R-Stufe, die gehört aber zu einer viel größeren Rakete als der Micro-Launcher Tianlong-2. Die Tianlong-3 mit einem Hauptdurchmesser von 3,8 Metern und einer Startmasse von 590 Tonnen, die spielt mit 17 Tonnen Nutzers in Eleo eher in der Falcon-9-Klasse und soll wie diese auch in der ersten Stufe wiederverwendbar sein. Wie weit Space Pioneer durch diesen katastrophalen Fehlschlag zurückgeworfen wird, das muss sich noch zeigen. Auch würde mich interessieren, ob die Sache ein juristisches Nachspiel hat. Ist ja eine Stadt direkt in der Nähe. Erste Fotoanalysen auf X, die zeigen, dass entgegen erster Vermutungen die Halteklammern nicht versagt haben. Auf Vorher-Nachher-Bildern, da kann man erkennen, dass die Halteklammern noch fest mit den Haltepunkten verbunden waren. Offensichtlich muss ein Teil der Raketenstruktur oberhalb der Haltepunkte einfach abgerissen sein. Eher unwahrscheinlich, dass die 820 Tonnen Schub, die erzeugt worden sein sollen, unterschätzt wurden, wirkt eher wie eine Fehlauslegung der Haltepunkte an der Rakete. Für den Starliner gibt es immer noch keinen Rückflugtermin. Laut NASA werden die Ventilprobleme noch nicht gut genug verstanden, um sie dauerhaft zu beheben, was ja für die zukünftige Flugeinführung des Starliners wichtig ist. Der einzige Weg besteht darin, jetzt im Orbit mehr Daten zu sammeln und mehr Tests durchzuführen. Die NASA hält sich weiterhin die Möglichkeit offen, dass Boeing den ersten betrieblichen Starliner-Flug zur Raumstation dann im Februar startet. Allerdings müssen die Ingenieure die Probleme mit den Triebwerken und den Helium-Legs vor der nächsten Mission lösen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass die NASA SpaceX für den Startplatz im Februar in Betracht zieht, wodurch die erste von Boeings sechs operativen Missionen auf die zweite Hälfte des Jahres 2025 rutscht. Unfassbar eigentlich, seit dem Jahr 2000 sind permanent Menschen im Orbit. Ja, und seit der Fertigstellung 2022 auch auf der chinesischen Tiangong-Raumstation. Die aktuelle Shenzhou 18 Langzeitbesatzung, die hat ihren zweiten Weltraumausstieg erfolgreich abgeschlossen. Während des etwa sechseinhalb Stunden dauernden Einsatzes, da wurden weitere Schutzschilde gegen Weltraumschrott an der Station installiert. Durch eine Kollision im letzten Jahr gab es mal einen teilweisen Ausfall der Energieversorgung der Station. Wahrscheinlich will man sich da jetzt besser schützen. Noch nicht ganz da, wo China ist, aber nach chinesischem Vorbild arbeitet Indien an Kuh-Raumschiffen und auch an einer Station. In Indien wurde nun das Design des ersten eigenen Raumstationsmoduls vollendet. Wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur eigenen Station. Die soll übrigens zu anderen Raumschiffen und Stationen kompatibel sein. Ja, und das Gargania-An-Raumschiff auch für Flüge zu anderen Stationen gerüstet werden. Darüber hatte ich ja auch mit Manfred Jaumann von Airbus gesprochen. Ja, und wenn alles gut läuft, dann soll es ja im Leo nicht aufhören. Indien möchte wie China eigenständig einen Staatsbürger auf den Mond bringen und dort auch eine Basis errichten. Laut des Leiters der indischen Raumfahrt Dr. Samanas soll in den kommenden 25 Jahren eine Basis auf dem Mond errichtet werden. Diese soll für Forschung, Bergbau und strategische Zwecke und als Treibstoffdepot genutzt werden. Die Woche gab es ein Video von Blue Origin, das den Test der Startinfrastruktur genauer des Strongbacks und der Quick-Disconnect-Verbindung zur New Glenn zeigt. Hier noch ein Testkörper einer New Glenn, aber die Anzeichen verdichten sich, dass die wiederverwendbare New Glenn-Rakete mit immerhin 96 Metern dieses Jahr nun wirklich starten wird. Nicht ganz unkritisch, denn es muss ja ein Mars-Transferfenster erwischt werden. Auf dem Jungfernflug ist ja mit Escapade eine NASA-Mission zum Mars dabei. Die US Space Force hat übrigens gerade Blue Origin und Stokespace in den Kreis der Startanbieter für Kleinstatelliten-Missionen aufgenommen. Also nicht die teuren für die nationale Sicherheit, aber immerhin. Blue Origin und Stokespace ergänzen das Programm, das bis zum Jahr 2028 läuft und eine Obergrenze von knapp einer Milliarde Dollar hat. Es ist endlich soweit, der Ariane 6 R-Stadt steht an. Am Dienstag, 9. Juli ab 20 Uhr MESZ bis Mitternacht wäre das Startfenster offen. Klar mache ich einen Livestream. Es geht ja um nichts weniger als den unabhängigen Zugang von Europa zum All. Ja, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass die ESA mit Ariane 6 Verspätung, Vega-Fehlschlägen, Soyuz-Ausfall und massiver Spannung zwischen den Mitgliedstaaten durch ihre größte Krise seit der Gründung geht. Hoffentlich wird der Ariane 6 R-Stadt da für die ESA zum Befreiungsschlag. Ja, eine ziemliche Bombe ist da bereits letzte Woche geplatzt. Die halbstaatliche Eumetsat, die unter anderem die europäischen Wettersatelliten betreibt, wird den MTGS-1-Satelliten nicht wie geplant mit der Ariane 6, sondern mit SpaceX Falcon 9 starten. Eumetsat erklärte, dass außergewöhnliche Umstände zu dieser Entscheidung geführt hätten. Die Verlegung des Staates soll sicherstellen, dass der Start planmäßig erfolgt und die nationalen Wetterdienste von neuen und genaueren Daten profitieren können, um Leben und Infrastruktur zu schützen. Der französische Kness-Chef Philippe Baptiste kritisierte die Entscheidung scharf und betonte die Wichtigkeit, europäische Satelliten mit europäischen Raketen zu starten. Auch ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher scheint von der Entscheidung überrascht worden zu sein, nur sie zumindest nicht gut zu heißen. In seinem Statement auf X schrieb er, dass es schwer zu verstehen wäre, zumal die Ariane 6 für ihren Erstflug am 9. Juli ja gut im Zeitplan liegt. Für Europa wäre es nun an der Zeit, den sich abzeichnenden autonomen Zugang zum Weltraum zu unterstützen. Wobei ja auch die ESA mit Euclid und Earthcare und die EU mit Galileo nicht auf Ariane 6 warten wollten. Ich hatte schon darüber berichtet, dass beim Thema Vega-Raketen hinter den Kulissen gezankt wird. Die Vega wird ja wie die Ariane-Rakete von Ariane Space vermarktet. Während des ESA-Rats im November 2023 in Seville, da wurde eine Überprüfung des Richtlinienrahmens zur Nutzung der ESA-Trägerraketen gefordert. Da Vega und Ariane mit ESA-Mitteln entwickelt wurden, war ein Trennen der Startgeschäfte nicht so einfach möglich. Ariane Space und Avio haben jetzt vereinbart, dass Ariane Space bis zum Vega-Flug 29, der für das vierte Quartal 2025 geplant ist, den Startdienstleister und Betreiber für Vega und Vega C bleibt. Danach wird Avio die Verantwortung übernehmen, wobei bestehende Kunden einen Vertragswechsel zur Avio angeboten wird. Ariane Space wird sich in Zukunft hauptsächlich auf die Nutzung der Ariane 6 in Zusammenarbeit mit Ariane Group konzentrieren. Abschließend genehmigte der ESA-Rat die Nutzung des Europäischen Weltraumbahnhofs in Französisch-Guiana durch vier europäische Microlauncher, ESA Aerospace, Maya Space, PLD Space und Rocket Factory Augsburg. Bevor die RFA aber von Kuru aus startet, wird sie von den Shetland-Inseln starten. Aktuell wird fleißig eine Startinfrastruktur gebaut. Wie die Startanlage final aussehen wird, davon hat die RFA jetzt ein Rendering vorgestellt. RFA und Ariane 6, die müssen erst noch zeigen, dass sie Orbit können. Das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Los ging es am Montag in Japan. Da ist eine H3 gestartet. Mitsubishi Heavy Industries, die startet in eine H3-22S mit dem Erdbeobachtungsathlete Aleos 4. H3, das ist der Name der Rakete. Und 2-2, das steht für zwei R-Stufentriebwerke und zwei Feststoffbooster. Ja, und das S für das kleinere der beiden möglichen Fairings. Es war der zweite erfolgreiche Flug der H3 nach dem Fehlschlag im Jahr 2023. Ja, SpaceX startete am Mittwoch eine Falcon 9 mit Starlings von Cape Canaveral. Und am Donnerstag gelang Firefly, der Start ihrer Alpha-Rakete von Vandenberg. An Bord waren acht CubeSats mit dem Missionsnamen Noise of Summer. Ja, und den Wochenabschluss machte China mit einer langen Marsch 6A. An Bord waren mit Tianhu 5 zwei Erdbeobachtungsathleten. Ohne die Menschen, die Senkrechtstarter regelmäßig unterstützen, da wäre dieser Kanal nicht möglich. Besonders dann geht da an alle Schutzengel. Als kleines Dankeschön bekommen die ja alle Videos vorab und ohne Werbung. Ja, und wenn auch du mithelfen möchtest, die deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern und vielleicht meine Videos vorab und ohne Werbung sehen möchtest, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Ja, und wenn du dich noch mehr als Senkrechtstarter fühlen magst, Senkrechtstarter wird dieses Jahr 5 und das will ich mit euch ordentlich feiern. Die Early Bird-Tickets für das Event sind alle schon weg, aber ihr könnt noch bei der Party am Vorabend des Space Creator Days in Speyer mit dabei sein. Link findet ihr unter dem Video. Wenn du Ideen hast, was unbedingt auf einer Senkrechtstarter-Geburtstagsparty dem Apollo-Moment passieren muss, schreib mir gerne unter dem Video. Ja, und noch die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Am Montag startet voraussichtlich SpaceX eine Falcon 9 mit Starlings von Vandenberg. Auch am Montag auch eine Falcon 9 TürkSAT 6A, ein türkischer Kommunikationsathlet für den Geo, der wird von Cape Canaveral gestartet. Ja, und dann der Erstflug der Ariane 6 von Kourou in Französisch-Guyana am Dienstag. An Bord der ESA Rideshare Demo-Flug, darunter unter anderem der Bikini-Wiedereintrittsdemonstrator der Exploration Company. Wir drücken allen ganz fest die Daumen und ich werde das Ganze natürlich live streamen. Entdecke mit Readly die Welt der Magazine und mach deine Pendelzeit, Reisen oder einfach nur entspannte Momente zu einem echten Lesevergnügen. Teste Readly mit meinem Link zwei Monate lang für nur einen Euro. Link findest du unter dem Video. Ja, ihr habt es gehört, ich war nicht so ganz fit die Woche. Ich hoffe, die News haben dir trotzdem gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal oder zum Ariane-Livestream. Ihr war schön sänkert bleiben. Dein Mau. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.